So, wir fahren heute Tannenbaum abholen. Ich bin gespannt, ob wir da einen schönen finden. Einen schönen finden wir bestimmt. Die Frage ist, wie wir ihn in das Auto reinkriegen. Mit zwei Kindern hinten. Na, hast du den Tannenbaum abholen? Ja. Wir machen es wie in Amerika und machen es oben auf dem Dach. So habe ich es am Anfang gedacht. So, wir sind angekommen. Ja, wir holen einen Tannenbaum, es ist so voll hier. Tannen. Ja. Bäume. Hier, Bäume. Ja. Ich kann da halt ein Händchen. Das ist ein großer Stein, ne? Ja. Ja. Wollen wir weiter? Ja. Papa kommt gleich nach. Wo ist denn da oben? Ja. Das ist oben. Kannst du sie? Feuer. Ich laufe einfach mit Feuer. Ja. Mama, müssen wir durch Feuer gehen? Nee, vorsichtig. Ja? Nichts was mit Abbaus. Da musst du aufpassen mit Feuer, ne? Das kann gefährlich sein. Aber schön warm, ne? Ja, wir gucken, wir suchen gerade, Schatz. Der ist richtig riesig. Ich glaube, das passt bei uns nicht. Ich weiß nicht, es sind halt unterschiedliche, die haben eine ganz andere Farbe. Ne? Lass mal los. Was hat es gemacht mit denen da? Nein. So, wir haben uns entschieden. Endlich. Ja. 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 Den haben wir heute gekauft. Eine Nordmannstanne. Und ja, die riecht richtig schön. So, wie versprochen wollten wir noch den geschmückten Tannenbaum zeigen und den wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Mein Mann guckt einen Film. Was für einen Film guckst du? Hobbit. Hobbit. Und den wollte ich euch jetzt einmal zeigen, wie schön der ist. Sieht dann echt noch viel schöner aus. Immer noch näher dran. Dieses Jahr haben wir mal einen echten gekauft. Und die Glippe-Ding. So.